Ich bin hier oben, ihr Penner! Hier oben! Komm da sofort runter! Hast du mich gehört? Du sollst sofort runterkommen! Du beschmutzt Amerikas Schlage! Runter! Jetzt spielt er! Ich gelobe ewige Treue zur Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika! Eine Nation unter Gott, unteilbar mit der Freiheit verbunden und Gerechtigkeit für jedermann! Ganz ruhig! Lassen Sie mich durch! Kommt, geht hier weg! Geht hier weg! Alle wieder zurück ins Gebäude! Na los! Was ist denn? Was hat er? Könnte ich dich mal für einen Moment sprechen? Brauchst du das? Nein, nein, okay! Jetzt hör mir mal gut zu, Arthur! Ich vermute, dass Jimmy jetzt tot ist wegen dem Zeug, das er im Waschraum gekauft hat. Hab ich recht? Ich weiß davon überhaupt nichts! Ich denke doch! Du warst dabei, als er es gekauft hat und du wirst der Polizei sagen können, wer hier an der Schule dealt! Lassen Sie mich doch in Ruhe! Er war doch dein Freund, Arthur! Der, der ihm den Stoff verkauft hat, ist verantwortlich! Heute hoffentlich quatscht der Arsch nicht, was? Sag mir, wer war es? Ich brauche nur seinen Namen! Davon wird er nicht wieder lebendig! Nein, das schafft ihn ja, es war ein guter Schulter! Wir können das mit Sicherheit...